Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Heute zu einem Erklärvideo der besonderen Art. Heute erkläre ich euch, wie überhaupt meine Videoserie Nicht der Weisheit letzter Schluss funktioniert. Wir haben zum einen eine Projektseite unter weisheit.gos-habermann.de. Dort gibt es zu jedem Video einen kleinen Artikel. Da sind auch die Folien verlinkt, die ich in den Videos zeige. So wie hier. Und da gibt es eventuell auch noch Links zu anderen Sachen und so weiter und so fort. Also das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr quasi nicht mehr weiter wisst. Dort ist quasi alles gebündelt. Dann habe ich meine Videos auf einem Peertube, auf einer Peertube-Instanz, die Technics heißt. Da könnt ihr eben die Videos gucken, ohne dass ihr dafür googelt. Wer es nicht mag, guckt ihr halt dort. Und wer mit YouTube und Google kein Problem hat, der guckt sie halt hier. Und auf meiner Projektseite sind immer die beiden Videos, die ich immer parallel veröffentliche, auch verlinkt im jeweiligen Artikel. Also wenn irgendwas nicht gehen sollte, guckt auf diese Seite hier und da findet ihr einfach die Artikel mit den Links. Gucken wir uns das Ganze einmal an, wie das aussieht. Meine Projektseite, das ist eben die hier. Da gibt es zu jedem Video so einen kleinen Artikel. Und wenn ich jetzt mal auf den für euch neuesten, wenn das Video erscheint wahrscheinlich nicht mehr der neueste, da drauf gehe, dann gibt es hier einmal so eine Beschreibung. Die findet ihr auch bei YouTube und Technics. Und dort sind auch die Folien verlinkt, die ich in dem Video halt zeige. So was hier, ne? Und wenn da irgendwelche Quelltexte drin sind oder irgendwelche Links, die ich halt vorstelle im Video, dann könnt ihr die aus diesen Folien halt rausnehmen und direkt kopieren einfügen. Oder da sind auch die weiteren Skripte drin verlinkt. Also das ist so diese Anlaufstelle für die ganzen Quellcodes und sonst irgendwas, damit ihr das Ganze nicht abtippen müsst. Und da steht eben auch alles, was ich im Video gezeigt habe, nochmal so drin. Ich versuche das immer relativ ausführlich zu machen, dass ihr das Video nicht unbedingt gucken müsst, dass das quasi selbsterklärend ist für euch. Ja, versuche ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es immer gelingt, aber ich versuche es. Dann habt ihr hier drunter eben auch noch die beiden Videos direkt verlinkt. Also einmal zu YouTube gibt es dann das passende YouTube-Video. Und zu Technics, da gibt es das Video auch nochmal. Gucken wir uns das auch nochmal an. Denn die meisten von euch werden wahrscheinlich von YouTube kommen. Und dann gibt es hier so ein Mehransehen. Das könnte sein, dass es einige von euch nicht finden. Je nachdem, wie euer Layout bei dem Browser ist, kann das auch ziemlich scheiße aussehen und irgendwo da so reinmatschen. Je nachdem, wie eure Bildschirmauflösung ist, kann das komplett daneben gehen. Und ich denke mal, einige von euch finden das nicht. Jedenfalls interpretiere ich jetzt so die Kommentare, die ich mal in so ein, zwei Videos drin hatte, dass es daran liegt. Darum mache ich auch dieses Video. Also sucht nach mehr Ansehen, auch wenn das vielleicht irgendwo hier so reingeschmutzt ist. Also da draufklicken. Und dann findet ihr unter hier Folien, links etc. Einen Link zu meiner Seite. Und wie ihr unten an dem YouTube Redirect sonst irgendwas seht, möchte YouTube bzw. Google natürlich gerne wissen, wo ihr von diesem Video aus hingeht. Also die überwachen euch nochmal extra. Und ihr müsst auch irgendwelche Skriptblocker dafür deaktivieren, damit das funktioniert. Ansonsten werdet ihr irgendwo ins Nirwana geschickt. Wenn ihr das nicht wollt, dann guckt eben auf meiner Seite hier unter, ja, so. Oder eben mit dem weisheit-großhabermann.de. Dann spart ihr euch das. Und da findet ihr auch wirklich alle Links dazu. Dann habe ich hier noch verschiedene Sachen, wo es mich dann nochmal gibt. Also da ist auch mein Peertube-Kanal unter Technics verlinkt. Und interessanterweise werden die YouTube-eigenen Sachen hier nicht gekryptet, wie man unten sieht. Also YouTube überwacht nicht, wo ihr zum anderen YouTube geht. Oder das machen die wahrscheinlich intern irgendwie anders. Auf jeden Fall die Links hier, die sind so weit denn unverfälscht. Aber bei allem, was rausgeht, also den YouTube-Bereich verlässt, da möchten die gerne wissen, wo ihr hingeht. Ja, also das findet ihr hier so. Und Warnung natürlich, ihr könnt mit den Sachen, die ich zeige, alles mögliche kaputt machen. Ein eigenes Risiko bei euch. Macht es nach, macht es nicht nach. Im Zweitfall, lasst die Finger davon, was ich zeige. Es kann immer was kaputt gehen. Dann haben wir auch noch das Problem bei YouTube, dass einige Kommentare, die ich durchaus als legitim sehen würde, also die jetzt keine Beleidigungen sind oder komplett themenfremder Spam sind, werden von YouTube manchmal ausgefiltert. Ich kann das auch nicht ändern. Das ist leider so. Und ich kann als Betreiber von diesem Kanal als einziger in Kommentaren Links unterbringen. Das dürft ihr als Zuschauer, als Besucher von dem Kanal nicht machen. Eure Kommentare, die Links enthalten, die werden von YouTube sofort weggeschmissen. Ich kann die auch nicht irgendwie freischalten oder so, die sind halt weg. Also bedenkt das. Und hinterher rummosern und sagen, warum hast du meinen Kommentar gelöscht? Tut mir leid, ich kann daran nichts ändern. Also Links dürft ihr nicht reinpacken. Das darf bloß ich. Wenn ihr diese, sagen wir mal, Gängelungen nicht unbedingt mögt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, zu Technics zu gehen. Da ist nicht wirklich viel los aktuell. Also meine Videos hier, die ich da hochlade, die laufen hier schlecht. Aber das Ganze ist quasi für mich nochmal so ein Backup. Wenn YouTube und ich uns vielleicht irgendwann nicht mehr verstehen, dann gibt es dort immer noch eine zweite Anlaufsmöglichkeit, sodass ihr da denn die Videos, genauso wie sie auf YouTube sind, auch angucken könnt. Ihr werdet weniger ausspioniert und ja, genau. Aber prinzipiell sind auch die Inhalte identisch, die ich hier drunter stehen habe. Also hier klickt ihr auf mehr Anzeigen und dann habt ihr hier eben auch den Link zu dem passenden Artikel mit den Folien und weiterem. Und hier ist das Ganze eben nicht gekryptet, weil eben Technics das letztendlich egal ist. Die wollen euch jetzt nicht verfolgen oder so. Und dort stehen halt die ganzen Dinge, die es bei YouTube eben auch gibt. Ja, also im Zweifelsfall guckt das Ganze bei Technics. Wenn ihr YouTube nicht mögt und bis jetzt ist es da ordentlich nicht vorgekommen, dass irgendwelche Kommentare automatisch gelöscht wurden. Ja, wenn ihr wirklich was Legitimes habt, was YouTube immer wieder wegzensiert, dann packt das eben bei Technics rein. Und wenn das kein blanker Unsinn ist, sowas kommt ihr auch hin und wieder mal vor, dass es einfach überhaupt nicht dazu gehört, irgendwelche politischen oder sonst welche Botschaften enthält, die ich da nicht unterstützen möchte oder die einfach mit dem, was ich tue, überhaupt nichts zu tun habe. Aber ich, das ist komplett unpolitisch, was ich hier mache. Und so soll es eben auch bleiben und das gilt auch für eure Kommentare. Also sowas schmeiße ich auch wirklich denn weg, wenn ich das sehe. Das ist quasi wie nicht der Weisheit letzter Schluss funktioniert. Ihr habt eben diese Anlaufseite, die solltet ihr euch wirklich merken mit dem weisheit.gos-habermann.de und dann landet die auf dieser Unterseite. Auf der Seite ist noch eine ganze Menge mehr, was ich so beruflich mache und Dienstleistungen und überhaupt. Aber hier ist das Ganze verlinkt und wenn jetzt YouTube mich irgendwann nicht mehr mögen sollte, dann tausche ich auch diese Links hier aus von YouTube zu, keine Ahnung, was es dann gibt. Keine Ahnung. So, ich hoffe, das hat euch soweit geholfen, dass ich denn nächstes Mal wieder so eine Frage komme. Einfach sage, guckt ihr das Video an, da habe ich das schon mal erklärt. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen, selbst wenn ihr nicht unbedingt meinen Kanal abonnieren wollt, sondern irgendwas anderes bei YouTube gucken möchtet und hin und wieder verwundert seid, wie da mit Kommentaren umgegangen wird und wenn vielleicht meine Weiterleitung nicht funktioniert, die eigentlich verlinkt ist. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.